Ansteckend. Es ist einfach nur ansteckend, so krank zu sein! Ansteckend? Wie meine Schwester Angela. Aber so haben meine Eltern sie gezüchtet. Frau Wolf. Der Ethikrat hat abgelehnt, Kinder unter 10 Jahren in meiner Studie zu behandeln. Und zwar aus gutem Grund. Ich habe bereits ein Kind verloren. Das war das Mal, überstehe ich das nicht. Ich nehme die Es ist ein Kind. Ich bin ein Kind. Wir nehmen die Möglichkeit, Drei, aufzut're. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018